Glasfaser ist die Zukunft. Das ist klar. Aber wie kommt die Glasfaser in mein Haus? Wie lange dauert das? Die graben doch nicht wohl meinen ganzen Vorgarten um? Hm. Zum Glück haben die Stadtwerke Unna da etwas vorbereitet. Auf der Webseite der Stadtwerke Unna werden alle deine Fragen beantwortet. Für die Verlegung von Glasfaser nutzen wir modernste Bauweisen, sodass nicht der ganze Vorgarten umgegraben werden muss. Glasfaser für alle. Jetzt informieren. Bei Ihren Stadtwerken Unna. Aktuell sogar kostenlos. Ich sag's ja nur.